auf dem bett das sieht echt ungemütlich aus muss das mal sehen wie hunde manchmal liegen das sieht ungemütlich aus der liegt halt so ganz normal einfach nur die augen zu ganz gerade vielleicht gut für den rücken djinn und karma scheinbar klingt doch gut okay kenne stark okay dann wie erstmal nichts zu tun außer wenn er uns gankt mal gucken mal gucken mal gucken eben mal gucken Hehehe. Rakan di mie, karma. naja dann mal los was solltet willkommen zu sammeln 30 Sekunden bis die Minion zu sparen. ist unser ja ich glaube ich möchte mit der afg ist da kurz ich und wir dann sein danke hier machen es bringt leider nicht so viel bringt das nicht mehr will nicht so viel dann mal gucken ich möchte sogar noch ein klo hat ich hoffentlich es ist auch so stark kann stark sein oh hau ab doch auch für ihn so ich habe jetzt auch meine w ja ich hab fürs falten ich bereite ich nervte wieder nur ein bisschen und habe ich nichts mehr du kannst den maus zeige auch größer machen das ist wie unfair auch sei ist schon groß es geht immer noch größer dann verfehlst du zumindest nichts mehr merkwürdigen geräusche die raken manchmal machen ist ich höre dir ein sei froh fragt sie fragt sich wo kommt das her bei mehr da gerade gefahrt hallo hört hört mich jemand also meine dann aufgabe ich frage mich aber zuhören dass du xia hätten wir ganz viele tolle interaktionen das game aufwerten würden ich gehe mal weg ja obwohl ich warum wäre wirklich generell prinzipiell von hinterland ausgeschlossen das heißt ich mich warum bin ich komplett zu langsam für jetzt wollte ich nach so die schmerz ja ich glaube es macht das das geht lasst mich überraschen Ratu Dude mit. Ratu, was? Ratu, 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 Ratu Ratu, 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 Ratu Ratu, 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 R Schade... Hast du ult? Ne, aber es läuft auf 5. Oh. Häh! Nice. Hilft dem XIN. Irgendwie. aber das für das hatte johnner vorhin mit recht deine raketen haben ja also ja cool aber jetzt auch gemacht gut ich bin sicher ob ich es nicht gerade auch hatte aber einfach zurück und das war eigentlich jemals stimmt obwohl sollte eigentlich noch ein bisschen jetzt kuscheln ausnutzen da ist schon mit der kammer dann machen wir die welle jedoch eben dann können wir weg war das ist dann das war ein gepinge wo ist mir los lauf auf daraus ja ich versuche muss man aus hat keks auf sechs nicht schießen nicht weh schießend das bringt dich um schade ich brauche ich brauche etwas spaß hast du kein nein ab spaß ich würde sagen bodline läuft vielleicht sind meine ansprüche zu hoch warum reicht die range kann man war nicht weg glaube ich natürlich habe ich verkackt da kommt wenn wir uns bleiben sollten wir uns bleiben was sie nicht tun werden weil ich ein krakern bin krakatauer 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 ich weiß nicht ob wir den tor doch als lange halten können da kommen wir da kommt lauf was markierte gelandet mich bei karmann schön kräftige 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 Das ist der Becker-Gang. Ah nee, ganz schön. ein bisschen sorgen dass die da kommt kein auf der flasche ich habe hier naja schon wieder da soll aber wagen dann wäre ich mich auch diesmal vielleicht wenn die steine machen da kommen schießt mal der ult zum gegnerischen mit tower schade muss er eben surprise mother fucker ich habe getortet kelin kelin ich habe keine holt mehr ja gut erst wird was müssen wir öfter mal die steine machen stimmst ich gebe weg ich habe geld ich mache hier die rift passt Anfeuer wurde slain. gehen wir jetzt auch mal weg obwohl die welt noch ja noch mal genug im tor das heißt wo bist du ich musste kurz was ich muss kurz was erledigen lasch und schmal in die mede gehen da ist gerade party ich kann ja gut oh wow oh no i'm the best ich habe umsonst geultet bobo bobo wieso lebt und ach warum ist meine ulter neben gegangen weil er gedutscht ist ja kam als doof so warum haben die die schuhe so hässlich gemacht ja es hat sogar tatsächlich einen spielerischen vorteil wenn rakan und xia zusammen spielen aha mein e also mein dash ja sollst du für dich später genau in dem moment weg also ich habe festgehalten also tentakel ja 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 ich glaube wir sollen die bot pushen sagte ja wir machen jetzt werden wir machen auch das vielleicht meinte er nicht dass wir bern machen sollen sondern dass die bern machen gut ja 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 wir müssen dafür pushen weiter also ja ne schneller als wir ja da bleibt aber der neko gehe erst mal können sie berg geht dann wirklich dass wir so lange Ich glaube, ihr sollt da weg. Was? Was von... Hä? Was ist da gerade passiert? 5 Gold, haben ja Zeit, glaube ich. Was? Der wurde getötet, als meine Rakete gerade ankam und dann ist sie einfach durchgeflogen. Das ist natürlich Billa. Wo wachsen? Ich glaube, Xim kommt. Bin mir nicht ganz sicher. Was bringt ihr denn hier? Die Neko möchte, dass ihr den Tower pusht. Ja. So, der Planer. Ich weiß doch nicht, warum ich da zum Daphne hingehe. Ich habe reingeschissen. Ich habe reingeschissen. Ciao Leute, ich bin raus. Warum hast du ihn nicht angegriffen? Ich habe sie nicht gesehen. Ich war mit der Kamera anders. Ich habe ihn nicht angegriffen. Ich habe ihn nicht angegriffen. War das? Was? Ich habe ihn nicht angegriffen. Ich habe ihn nicht angegriffen. Wir werden die Menschen schlafen. Meine Frau wird es schlafen. ok sind immer noch ausgeglichen komischerweise im 2.000 die haben von allemal ein bisschen mehr ja lass uns wieder wie die medica alle zu einem champion rennen willst du auch stacken? ich mach mal mitte alter muss ich schauen natürlich wie hab ich nicht gedings gedings gedungselt so jetzt hier pushen, pushen, pushen i'm going to burn this place down so i can burn it again so i can burn it again so i can burn it again ich habe ganz verloren ist das nicht oder nur das unverbreitliche hinaus auch sind wir alle vielleicht machen sie bauern machen das ist nicht so Halt dich mal bereit für deine Ult, dass du die gleich da oben hinschießt. Gleich. Ja. Ja, schieß. Ich glaube, der Xtinn denkt, dass Ping funktioniert so wie bei einer Fernbedienung. Je fester du den Knopf drückst, desto besser funktioniert sie. Je öfter das Fernbedienung so ist, aber nein, ich hätte dieser Fehlgedanke oder das macht man dann automatisch. Wollen wir die Port einfach durchpushen? Ja. Weit werden wir nicht kommen. Richtig. Aber wenn wir auf Gegenwehr treffen, werden wir kämpfen. Den sollten wir schaffen, wenn ich das betraue, weil wir können kommen, wir sind dreist und greedy. Wir gehen nicht weiter. Wenn wir auf Gegenwehr treffen, kämpfen wir bis zur letzten Art und Zug. auch. Ja, wir müssen es halt auch versuchen, ne? Asier und Kay. Ja, ne, wir können weg. Die anderen kommen. Da kann man zum Dragon kurz vorbeischauen. Oh, lol. Da hab ich so einen Kräger gemacht. Ach so. Ach so, ich muss aufpassen mit mir in den Gegnern. Ach so. Wo? Ach so. Ach so. drei gold hat pleite das hat der djinn wird sagt wie mit der asia und der asia könnte natürlich nicht der budget geholt Enemy Killing Spree. Enemy Killing Spree. I feel like my allies aren't recognized how amazing my cloak is. I mean serious. Rune! Äh, ich soll dich dem Namen von Rakan fragen, ob dir aufgefallen ist, wie abartig geil sein Cape ist. Auf sie mit Gebrüll! Auf den Cain, nicht Cain, wie heißt der auf den Djinn? Ja, warum war er verpisst, ich weiß. Äh, so. In to battle, wahduken! Ah no! Ich hab das überlegt. So close. Ja, wirklich. Meiner. Nämlich. Wo sind meine Hände? Äh, meine Hände sind meine Maus mal. Was? Unser Team. Ja, ich weiß nicht. Ich muss ja irgendwie die Leute motivieren. Was denn? Was ich habe geschrieben? So habe ich gesehen. Das wird das größte Comeback seit Jesus. Ich sehe nicht. Du siehst nicht. Ich bin auf Topf, wah? Ich habe drei Regeln. Du hast zwei von ihnen in den Alfa. Zaya sagt, dass jemand die Dive zu sterben ist. oder da du können ich gehe jetzt rein ist mir egal vielleicht hätte es mir nicht egal sein soll please finish du spielst dieses spiel ja auch noch nicht seit zehn jahren ja gut hand eine runde haben wir geworfen